Rennen 9 für die Beginners und es sind sie bis auf die Finale. Nein, es ist das A-Finale. Sie sind das 13. Jahr alt. Wer ist auf Platz Nummer 1? Hier sehen es, es ist Vylai, Fyreinig, Filet, Leigh. Und er trat auf deine Führung ordentliche Ausbau. Platz Nummer 2, Jakob Lehmann, Ingo start auf Platz Nummer 3. Ich bin noch mal Weihnachten mit Johann Teuge. Kann er noch seinen 3. Platz halten? Oder gibt es den 3. Platz vielleicht noch an den 4. Feldgruppen, an Julia Obermeier? Schauen wir mal, klar greift sie an, aber weiter geht es nach vorne. Die 2. geht an Ingolstadt.